Und da sind wir wieder aus einem sehr vermieligen Gebiet. Ich vermute, wir müssen da runter. Der dämpft auch so schön. Na, Morsch. Mellows. Können wir da durch? Guck, guck. Der wartet schon darauf. Jetzt will ich ihn erledigen. Höh? Uäh? Oh, hat geklappt. Dreißig Minuten später. Hallo. Tata. Vervetter Orlock. Oh, jetzt kann sie aber schießen. Wie viele hatten das? Ey, das legst du ja wieder auf. Oh, die Öffelskuh. Oh, die gefällt mir jetzt schon. Kommt her. Ich habe eine Hand. Was ist mit... Ich habe jetzt irgendwie dafür. Feuer. Stimmt. Oh, die sind so ein Ziel suchen. Feuer. Boal. Ich habe das. Ich habe das. Du hast die Goethe四en genaue. Habt ihr das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Prozent müssen die Dings hat dies war Das sieht so gut aus. Das müsste ich jetzt hier 100 Schüsse haben und immer wieder aufladen. Aber 8 Schüsse bin sehr wenig, finde ich. Achso. Achso. Heilige Rügen meiner Wühen-Wühenwurst. Oh yeah. Ja! Haha! NOOOOO! Pates! Atsutaka maio, huh? Oh, man! Should I mo-? N-n-n-n-n-s AHHHHH! 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 Heh! Okay. Was? Sch Scheiße, genau jetzt? Wow Ha? Was? Ich habe doch nicht gespeichert! schweichert Dymphel oder was? oh ok Öffne mal das und dann kriegst du einen Armbrust abgekackt vor allem ich bin eigentlich über zu Seeheiz-Dings hier aber ich habe aber alter ich bin im Himmel und wir haben wieder Granaten wie ich den Scheißteile vermisst habe ich fühle mich gleich tausend Jahre jünger wenn ich die Waffen sehe Oho 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 Pistolen Na mein kleiner mich Oh du hast es du musst aufpassen zur Zeit zieht ein großer Aktivier mit Raketen auf deinem Kopf du solltest besser aufpassen Nein Nein natürlich töten wir den nicht ich glaube ich Guck was hier vorhin ist aber nur für dich hm Ihnen gefällt meine schöne Granate nicht lauf mal zu was mit was mit oder brauchst du nicht Boah das ist so schön Munition ist immer gut Wir haben 50% im Tor Oho Blut Blut Das ist ein Mr.Dudsin ne gut Jetzt können wir uns auch mal eine Granate holen Wir kaufen uns eine... Du wartest hier. Der Ballert hier in meinem Kapit. Er ballert hier so. Ha, seht ihr die Knarre? Ein Kerre, du bist... Ich schieße noch die Leiter ab, dass sie... Hm. Ich schieße noch die Leiter ab.